Vielen Dank für die Pause. Weil ich bin, mir ist es lieber, es sitzen alle hier gesättigt und zufrieden und ruhig, ohne aufs Klo zu müssen oder hungrig zu sein. Mein Vortrag heißt die unheimliche Wirkung von Typografie und ich finde das Wort unheimlich ist ein sehr schönes Wort. Es heißt über alle Massen groß, ungeheuer groß und es heißt aber auch furchteinflößend und ich finde das hat mit Typografie sehr viel zu tun. Man kann aber das unheimlich auch entheimlichen, also als unheimlich verstehen, dann ist es natürlich nicht mehr geheim. Dann kann ich das, was Typografie macht, dekonstruieren und darlegen. Das ändert aber nichts daran, dass es immer noch angsteinflößend bleibt, eben weil es so eine Wirkung hat, was ich versuche dann zu zeigen, welche Wirkung Typografie hat. Ich schließe hier an meine Vorrednerinnen an, in einer Art und Weise, dass ich glaube ich eher noch ein bisschen zurückgehe und es sehr, sehr wichtig machen möchte und betonen möchte, was ich finde, was fast immer übersehen wird im Umfeld von Lesen und Lernen, dass Lesen eine vollkommen unnatürliche Bewegung der Augen ist. Schauen funktioniert ganz anders als Lesen und Lesen ist eine kulturelle Tätigkeit, die echt schwer erlernt werden muss. Ich möchte das nur kurz illustrieren. Das sind frühe historische Versuche vom Herrn Jabus aus der Sowjetunion. Der hatte eine ganz frühe Eye-Tracking-Maschine entwickelt und hat als erster gesehen, wie Menschen schauen. Das konnte er darstellen. Man sieht, die Punkte sind Fixationen, die Sprünge dazwischen, also die Geraden dazwischen sind Zarkaden. Hat das in mehreren Momenten ausprobiert und deutlich gemacht. Es ist klar, dass Menschen, die ihre Augen so bewegen und vor allem aus evolutionären Gründen so bewegen, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein, man richtig dazu überreden und überzeugen muss, dass sie ihre Augen entlang von Zeilen bewegen. Freiwillig. Über Stunden. Das ist die Art und Weise, wie wir eine Landschaft beobachten. Das sind jetzt neuere bildgebende Verfahren. Die Geradenlinien sind die Zarkaden und die Punkte in unterschiedlichen Größen sind die Fixationen inklusive der Fixationsdauer. Und man sieht, wie also eine Landschaft abgetastet wird, indem die Augen wild springen. Das ist, ich habe eine Illustration gefunden, die nicht läuft. Dammit. Wieso läuft die nicht, Alain? Na bitte. Ich habe auch erst jetzt auf die Aufnahme gedrückt, Alain. Es tut mir leid. Ja, du hättest mir aber ausrufen sollen. Du bist zu höflich. Das ist aus einer Website von Herrn Eimer. Der wollte Unterschiede im Denken aufzeigen und ich fand das perfekt für Illustrationen. Was geschieht mit den Augen, wenn ich von Schauen auf Lesen umschalten muss, kulturell. Wunderbare Animation. Er hat das, glaube ich, gemeint mit diskursivem und rationalem Denken oder irgend sowas. Aber das ist genau, was passiert. Wir schauen mit den Augen so herum und dann müssen wir beim Lesen in Linien entlang gehen. Und noch einmal, das ist wirklich harte Arbeit. Sieht dann so aus, dass eben eine Eye-Tracking-Brille. Und wir in der Typografie müssen jetzt semantische Trigger setzen, die auch viele von meinen Vorrednern schon sozusagen erwähnt haben, so dass ich den jeweilig lesenden Augen das Signal geben kann, jetzt umschalten in den kulturellen Modus und jetzt lesen und jetzt anders als schauen. Deswegen ist es bei Lehrbüchern auch so schwierig, wenn Bilder neben dem Text sind, weil die Augen sozusagen ununterbrochen durch das Bild in ihren Schaumodus verfallen und herumspringen in der Gegend und einfach nicht mehr auf den Zeilen bleiben. Und gleichzeitig, wenn sie das tun müssen, darf man nie vergessen, dass Lesen eine unglaublich komplexe Angelegenheit ist und vor allem in erster Linie eine körperliche Angelegenheit. Die meisten Leute verstehen unter Lesen den Sinn verstehen. Das ist nicht Lesen. Sinn verstehen beginnt erst sehr viel später. Lesen heißt zuerst mit dem Körper Dinge tun. Und zwar mit dem bewegten Auge, mit dem, was auf der Rätin an der Verrechnung geschieht, mit dem, was ins Gehirn geleitet wird, mit dem, was im Gehirn gemacht wird. Das ist alles noch weit vor Verstehen. Und da findet die Hauptarbeit statt. Und das ist das, was wir bedienen müssen, wenn wir Typografie betreiben. Ich habe hier nur, um zu zeigen, wie komplex das ist, um ein bisschen am Anzugeben, gezeigt, wie viele Ebenen das sind. Und das ist ein eigener Vortrag, aber das Leid nehme ich raus. Das ist auch endlich was Bunteres. Und der wichtige Schritt ist der hier. Das ist der wichtige Schritt, wenn ich dadurch, dass ich motorisch, also ergonomisch hervorgerufen, nicht weil meine Augenmuskeln ermüden oder so, sondern weil ich einfach mehr Arbeit leisten muss, wenn ich zu viele Regressionssakaden habe. Das heißt, wenn der Text nicht gut gestaltet ist, dann habe ich mehr als 10% Regressionssakaden und dann hören die Menschen auf zu lesen. Und das ist gescheit so von denen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Wenn der Text gleich gestaltet ist, dann gehört, einfach aufgehört und gesagt, das mache ich nicht. Das Problem ist, die Menschen haben keine Worte dafür. Wenn ich zu enge Schuhe an habe, kann jeder sagen, boah, fuck, die Schuhe sind echt zu eng. Aber niemand sagt, der Zeilenabstand stimmt überhaupt nicht. Die Menschen haben keine Wörter dafür und legen dann einfach das Buch weg. Bitte? Ja, natürlich, die Kinder wissen alles. Sie drücken sich manchmal komisch aus, aber sie haben immer recht. Und dann ist mein Leseerlebnis ein anderes. Und ich möchte dann im zweiten Teil von meinem Vortrag, der gleich beginnt, zeigen, was das mit dem Leseerlebnis macht. Also, je geringer die Lesemotivation ist, und das, glaube ich, ist in der Schule gegeben, desto besser in Hinsicht von Einladung, desto einladender muss der Text sein. Das heißt, die Leute müssen überhaupt dazu eingeladen werden, dass sie zu lesen beginnen. Und, damit es noch lange nichts erreicht, es muss auch eingängiger gestaltet sein. Das heißt, dass die Menschen auch beim Lesen bleiben und den Text bis zum Ende durchlesen. Und das zweite Problem, das wir haben, ist, dass, wenn die Inhalte wesentlich sein sollen, dann brauche ich verdammt nochmal viel Text. Es geht nicht mit wenig Text. Über wenig Text freuen sich nur die Diktaturen und demokratieferne Einrichtungen. Die freuen sich über wenig Text. Aber ich brauche einen ausführlichen Text, der muss diskursiv sein. Ich habe dann unten, das bitte selber lesen, was das alles heißt. Ja, das ist jetzt da unten, wo es niemand da hinten sehen kann. Also, die letzten Worte lauten, umfassend erläutern, Einwände vorwegnehmen, auf Intertextualitäten verweisen, argumentieren und vertiefen. Das sind Texte. Ich zeige das noch an einem Beispiel. Das eine ist ein Wochenspruch der NSDAP. Das ist kein Scherz, das ist keine Karikatur, das war so. Das wurde alle zwei Wochen neu aufgehängt. Und das andere ist die Antwort der Geschwister Scholl, der Widerstandsgruppe Scholl, der Weißen Rose, auf diese Art mit Informationen und mit Text umzugehen. Und es geht unter dieser Textmenge nicht. Wenn ich Leuten was beibringen will, geht das mit wenig Text nicht. Wenn ich Leute indikoromieren will, reicht mir wenig Text. Ein paar Bibelzitate oder ein politischer Spruch, der womöglich noch gereimt ist, das funktioniert super. Ist ein Text kurz und gereimt, ist er für Idioten meist gemeint. Ich habe noch kein Angebot von der FPÖ. Wir haben mit folgenden Problemen zu tun. Wir haben erstens vollkommen unnatürliche Bewegungsart der Augen, zweitens eine geringe Lesemotivation und drittens eine gebotene Textmenge. Das heißt eine Textmenge, die sein muss, das habe ich jetzt vorgelesen, das steht da unten. Zusammenfassend, je geringer die Lesemotivation, desto ergonomisch stimmiger muss der Text gestaltet sein. Stimmiger heißt, ich muss als Typografin den Text so gestalten, nach allen Regeln der Kunst, die man wahrscheinlich in ganz wenigen Dingen nicht zusammenfassen kann, aber vielleicht in einer dreijährigen Ausbildung. Das tut mir leid, es geht auch nicht drunter. Man kann tatsächlich Lehrerinnen drunter hinweg helfen. Ich habe auch schon Workshops für Lehrerinnen gegeben, das hilft wirklich, weil man ganz grobe Dinge vermeiden kann. Aber wenn ich ein Schulbuch gestalten möchte oder so, dann muss ich der Beste sein oder die Beste. Weil die brauchen das wirklich, abgesehen von Kinderbüchern und so. Wenn das jetzt super, ich kann mich erinnern, ich habe gelesen, Wilhelm Reich Raubpressungen oder die frühen Merve Bücher, neue Philosophie und so, das war alles grottig, aber das war mir egal, weil ich habe es gelesen wollen. Hohe Lesemotivation, lese ich alles. Aber mit Kindern und mit Jugendlichen darf ich das nicht machen. So simpel ist das. Ich habe das näher ausgeführt in der Publikation, das steht auch da unten, die Publikation, lesbar typisch und so. Und das zweite eben, Lernen geschieht anhand von wesentlichen Textmengen und das kann eben nur gekonnte typografische Gestaltung, kann diesen Widerspruch lösen. Zwischen dieser notwendigen Textmenge und einer geringen bis eben nicht vorhandenen Lesemotivation. Also wir haben es mit zwei wesentlichen Aufgaben zu tun. Wir müssen erstens eine geeignete Schrift finden und zweitens die dann auch brauchbar in einem Layout anwenden. Und ich möchte jetzt zwei Versuche vorstellen, die das illustrieren. Der erste Versuch, der sich mit der Schriftwahl beschäftigt, ist ein Experiment aus dem Jahr 2008 von Song und Schwarz. Das heißt, if it's hard to read, it's hard to do. Und der zweite Versuch, wo es um die Anwendungen im Layout geht, heißt on the effective implications of good and bad biography, den habe ich mir erlaubt durchzuführen. Und zum ersten Versuch. Song und Schwarz haben zwei Versuchsgruppen den gleichlautenden Text in zwei unterschiedlichen Schriftarten gegeben. Einmal in der Areal eine Schrift, von der WissenschaftlerInnen, wer weiß warum, annehmen, dass sie bestens lesbar ist. Ist sie natürlich nicht, aber das ist halt das Beste, was die hatten. Und das ist schon eine bessere Schrift, also eine besser, es ist keine bessere Schrift, aber es ist eine besser lesbare Schrift als die Brush. Und im Endeffekt diese beiden Versuchsgruppen haben eben diese Texte bekommen. In drei Versuchsanordnungen. Die erste Versuchsanordnung war eine Gebrauchsanweisung für den Zusammenbau von einer, von irgendwas, weiß ich gar nicht. Und die haben jetzt eben den Easy-Font und den Difficult-Font, Easy-Font Areal, Difficult-Font ist Brush. Und sie haben abgefragt, also wie leicht ist euch denn das Lesen gefallen? Und natürlich den Menschen ist total aufgefallen, dass die eine Schrift leichter und gewohnter war und die andere eher ungewohnt war. Das heißt, die wissen das. Dann haben sie auch abgefragt, wie gut habt ihr euch gemerkt, was dann im Text steht und das ist statistisch signifikant genau gleich gut. 1.3, 1.2, also total gleich gut. Aber jetzt kommt die interessante Frage. Wie sehr, wie schnell glaubt ihr, denen kann man das zusammenbauen? Und dann haben die, die das gelesen haben in der Areal, haben gesagt, ja, wir brauchen ungefähr, also, wenn 7 sehr schnell ist und 0 oder 1 daher sehr langsam, haben die gesagt, die in der Areal sagen, ja, eigentlich schneller, 4.8, als die in der Brush. Die haben gesagt, nein, wir brauchen länger. Und dann hat man genau gefragt, wie lange, wie viele Minuten braucht ihr denn? Dann haben die in der Areal gelesen, haben gesagt, 8,23 Minuten und die in der Brush haben gesagt, 15,1 Minuten. Das heißt, die glauben, dass sie das dann doppelt so lange brauchen, um das zusammenzubauen. Ja, weil sie es in einer schwerer lesbaren Schrift gelesen haben. Und natürlich die ähnliche Frage, wie leicht wird denn das zusammenbauen sein, dann sagen die, wenn 7 sehr leicht ist, sagen die in der Areal, ja, 4,83 leicht und die in der Brush sagen, nur 3,2 leicht. Und dann die nächste logische Folge lautet, wie gern würden sie denn das zusammenbauen? Ja, und wenn 7 heißt, ja, super gerne, dann bauen die in der Areal das um 4,5 gerne zusammen und die in der Brushen um 2,9. Ja, also das ist dramatisch. Das ist statistisch signifikant, deswegen haben auch die Wissenschaftlerinnen da lauter Sternl dazu gemacht. Und das zweite war, das zweite war ein Kochrezept, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, für Maki, ja, Sushi Maki. Und das gleiche Spiel, also auch wieder, klar, schwer lesbar, leicht lesbar und merkt man alles, weiß alles. Aber die Minuten, die einen brauchen 22 Minuten für die Maki und die anderen brauchen 36 Minuten für die Maki, geschätzterweise. Und die einen würden, wenn 7 ganz leicht, ganz gerne heißt, würden das 4,21 gerne kochen und die anderen aber nur 2,85. Also wenn sie gerne Maki essen, dann sollten sie zu denen gehen, die das Kochrezept in der Areal gelesen haben. Weil sonst kriegen sie es nicht. Und es wird noch blutiger, weil die letzte Frage lautet, wenn sie jetzt jemanden anstellen wollen, der oder die diese Speise zubereitet, wie gut muss diese Person ausgebildet sein? Und jetzt kommt raus, dass die Person, deren Chefin das Rezept in der Brush hat, die braucht ein, zwei Zeugnisse mehr, um angestellt zu werden. Das ist die Härte. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht so extreme Schriftwahl zur Verfügung haben bei Areal und Brush. Aber wir können dadurch ein Gefühl dafür bekommen, was Schriftwahl mit dem Inhalt macht. Der zweite Versuch von mir, ich habe Menschen zwei Textsorten gegeben. Ich habe die Klassen heimlich geteilt im Geiste und habe ihnen dann, ohne dass sie es bemerkt haben, zwei unterschiedliche Texte gegeben. Der Text A und der Text B. Der ist genau gleichlautend und ist irgendwie so ein dummer Einführungstext. Den kriegen Menschen, die bei mir anfangen und die noch gar keine Ahnung von irgendwas haben und lesen dann irgendwas über Mikro, Typografie und dann einfach Scherze drin und so weiter. Und ich habe den Text entwickelt, um die Lesegeschwindigkeit zu lesen. Ich zoome hier ein bisschen ein, damit man sieht, was das heißt. Und das war natürlich eine dumme Idee von mir, weil ich habe immer das gleiche Ergebnis bekommen. Die müssen dann, also als letzter Satz steht, und hier steht ein letzter Satz, damit die nicht wissen, worum es geht, die unten lesen. Und, also er ist ein bisschen lustig, ja, aber nicht wirklich. Und dann, wenn sie fertig sind mit dem Lesen, dann müssen sie das Blatt falzen, also in der Hälfte falzen und aufstehen und sich die Nummer merken, die ich ihnen zurufe. Weil so habe ich dann die Reihenfolge bekommen. Und, aber das war wirklich, das war echt doof, weil ich immer das gleiche Ergebnis bekommen habe. Zuerst waren die Gutlesenden der Gruppe A, dann waren die Gutlesenden der Gruppe B, dann waren die Schlechtlesenden der Gruppe A, dann waren die Schlechtlesenden. Also das war alles eh ganz klar. Aber, was mir aufgefallen ist, weil ich musste mich dann ziemlich kontrollieren, also konzentrieren, wenn das zum Ende von dem Versuch geht, dass ich allen noch rechtzeitig die Nummern sagen kann. Ich habe gemerkt, wo sie schmunzeln, wo sie sind im Text. Und dann ist mir aufgefallen, dass die unterschiedlichen Hälften der Klassen unterschiedlich schmunzeln. Und dann habe ich mir gesagt, Moment mal, ich gebe denen, ich gebe denen nachher einen Fragebogen. Und zwar, also eine Achse von 10 Zentimeter, da saß ich dann mit dem Lineal und die haben eine Marke machen müssen. Und ich saß mit dem Lineal und habe das ausgewertet. Ich habe mittlerweile weit über 500 Stichproben. Also das ist hochgradig statistisch relevant, was ich da habe. Und weil ich lese von typografischen Versuchen mit 27 Stichproben, was Scherz ist. Weil das sind die Leute vom Institut. Also die Achse, ja, unglaublich lustig bis, na, überhaupt nicht lustig. Und das ist das, was rauskommt. Das heißt, die Leute, die den Text A, den typografisch so verantwortlich wie möglich gestalteten Text bekommen haben, finden ihn ungleich lustiger als die Leute, die den Text bekommen, der so unverantwortlich wie nur möglich gestaltet ist. Ja, innerhalb eines gewissen Spielraums. Ja. Und weil das dann so auffällig war, habe ich mir gedacht, ich stelle jetzt noch eine vollkommen idiotische Frage. Und zwar, ob in dem Text überhaupt irgendwas Neues und Superes, Wichtiges drinnen war. Und selbst da ist die Gruppe A besser. Aber das ist statistisch nicht signifikant. Ja, das waren zwei Versuche, die die Wirkung von der Schriftwahl und die Wirkung von der Gestaltung sozusagen erläutern. Und diese unheimliche Wirkung der Typografie sagt, die Wahl unserer Schrift verändert den Inhalt. Das ist nicht einfach nur eine ästhetische Wahl, sondern sie verändert den Inhalt. Und die Gestaltung mit Schrift verändert auch den Inhalt. Ja, und um ein Wortspiel zu bemühen, wenn ich einen Text in Form bringe, dann informiere ich den Text auch zufällig. Nicht zufällig, ja zufällig, je nachdem wie ich arbeite. Ja, ich informiere ihn auch zusätzlich. Ja, ich informiere ihn zusätzlich. Ja, das heißt, ich verändere ihn. Ja, das heißt, ich verändere ihn. Und deswegen als letzte Schlussfolgerung. Ja, das heißt, ich verändere ihn. Und mein ganzes Bestreben geht dahin, also uns Munition in die Hand zu geben, damit wir argumentieren können, worum es uns geht und wo die wesentlichen Punkte liegen. Also vielen Dank nochmal. Wer möchte gerne zu der Munition beitragen? Bleibt noch da. Also was ich daran spannend finde, ist, dass du es ja nicht nur schaffst, diese Experimente so zu machen, die eine statistische Relevanz bekommen, weil sie eine vernünftige Fallzahlen haben, sondern dass es auch noch schafft, es pointiert so zusammenzufassen, dass es für Laien verständlich uns auch noch Spaß macht. Also dafür finde ich, das ist schon eine ganz besondere Leistung. Gibt es von eurer Seite Fragen an die statistischen Betrugsmethoden von Martin Tiefenthaler? Wie willst du das eigentlich zukünftig machen im Zuge der DSGVO? Wie willst du eigentlich solche Studien im Kontext der Schule weiterhinkommen? Ja, wenn du entweder nicht mehr in der Schule bist, beziehungsweise jetzt mit der DSGVO darf man ja eigentlich nur noch im Studienzeit, also auf der Uni Studien machen für die Forschung, für die Wissenschaft. Als private Person braucht man da spezielle Erlaubnisse dafür, wie willst du da weiter machen? Ich schreibe gerade mit großer Verzweiflung an meiner Dissertation, die ganz eine andere ist und dann habe ich einen Doktortitel und kann ich sagen, was ich will. Gibt es noch weitere Fragen dazu? Nimmst du das Mikro und Rinden bitte? Das ist das Zunamenlautsprecher, Entschuldigung. Ich wollte fragen, wenn Sie von dem Text Einladen da sprechen, für die unmotivierten Leser, ob in dem Fall jetzt wirklich nur die typografische Gestaltung ist oder ob da auch andere Elemente einladend wirken? Natürlich, zum Beispiel die lehrende Person, wie der Christian schon gesagt hat, weil wenn ich das von jemandem bekomme, den ich mag, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich das von jemandem bekomme, den ich nicht mag. Also das können wir nicht überprüfen. Überprüfen? Wir können dem nicht abhelfen. Wenn eine Lehrperson nicht in der Lage ist, mit Begeisterung zu unterrichten, dann ist sie verloren. Aber deswegen müssen wir wahrscheinlich auch in die Lehrerinnen-Ausbildung und so, dass die Leute überprüfen. Ich kenne den Schulalltag selber, der Schulalltag, die Bürokratie ist verheerend, katastrophal, der Oberpfusch. Wo ist mein Mikro? Vorsicht, nicht mehr nah am Lautsprecher, bitte. Genau, sehr gut. Hervorragende Typografie. Das hat jetzt gar nicht so viel mit deinem Vortrag zu tun, Martin. Ich muss es fragen, weil mich das gerade beschäftigt. Warum schreibst du alles klein? Anheben. Anheben. Das ist eine ganz einfache Antwort, weil Großbuchstaben vollkommen überflüssig sind. Noch einmal, ich habe diese Diskussion dauernd und ich schreibe auch meine verdammte Dissertation über den Scheiß. Großbuchstaben sind eigentlich für die Kleinbuchstaben fremd. Es ist total schwierig, die Typografie zusammenzubringen. Es ist eine ideologische Diskussion und keine ästhetische. Das muss man ganz deutlich sagen. Es ist eine rein ideologische Diskussion. Weil wenn kleine Schreibung so schlecht zu lesen ist, dann können die Franzosen und die Engländer und die Italiener alle nicht gut lesen. Das ist absurd. Wir brauchen die Großbuchstaben nicht. Aber natürlich, sie sind hübsch und man kann damit schön gestalten und alles. Noch einmal, ich mag auch die Großbuchstaben, aber meine Sachen mache ich in Kleinbuchstaben. Können wir darüber die nächste Konferenz machen? Bitte? Können wir darüber die nächste Konferenz machen? Ich glaube, das ist, also ich bin ja da, das hat mit den Brüdern Grimm begonnen, die schon dagegen informiert haben. Und ich glaube, ich bin nicht gewillt, eine Konferenz diesem ideologischen Thema zu widmen, weil das verlorene Liebesmüh ist. Entweder die Leute verstehen es oder sie verstehen es nicht. Und wer es nicht versteht, soll halt weiter groß und klein schreiben. Also ich mache einen anderen Vorschlag, Martin. Wir haben bei der TGM ein wunderschönes Format, wo es darum geht, zwei extrem gegenseitige Positionen zusammenzubringen. Zum Beispiel russischen gegen polnischen Wodka. Ja, wir könnten dieses wunderbare Format nochmal zum Thema Groß- und Kleinschreibung machen. Das ist ungefähr die gleiche Diskussionsebene. Wir schenken dazu Wodka aus. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Martin für die pointierte, kleingeschriebenen Aspekte zum Thema die unheimliche, heimliche Wirkung von Typografie und darf nahtlos zu unserer Podiumsdiskussion überleiten. Wir machen jetzt keine Pause mehr, denn die hatten wir ja schon.